Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 für weines. Und das haben wir, glaube ich, heute bewiesen. Es ist ein toller Event, der uns persönlich irrsinnig Spaß macht. Und ich hoffe, dass es Ihnen auch Spaß macht. Und dass es da oben noch Spaß macht für dieses Test, da der Stefan Magler verantwortlich. Und für das Abendszenario darf ich jetzt an den Kassenkiller machen. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ich darf mich jetzt bei der Christine ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken.